So entkernt ihr euren Granatapfel. Let's go! Jetzt zeige ich euch, wie ich am liebsten eine Granatapfel entkerne. Und wie man sehen kann, eine Granatapfel ist nicht perfekt rund. Sie hat ja eher so fünf Spalten, die fünf bis sechs Spalten so rum gehen. Und da wollen wir einfach mit dem Messer in diesen Segmente durchschneiden. Man nimmt den Granatapfel und bricht den quasi in diese Schüssel mit dem Wasser einfach so auf. Dann kann man die Kerne ganz leicht so mit den Fingern entfernen. Die Granatapfelkerne fallen quasi zum Boden und das Weiße fliegt halt zu der Fläche. Das entfernt man leicht und so hat man dann die saubere Granatapfelkerne. Grillen mit Ivana und Adman. Jetzt in der ARD Mediathek.